Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch kurz erklären, wie die neuen Jura-Punkte umgerechnet werden. Ihr seht in dieser Tabelle die Punkte von 0 bis 18. Hier ebenfalls gegeben die alte Umrechnung, 0 Punkten entsprachen einer 5, 1 Punkt eben 4,7 und so weiter. Und hier eine neue Umrechnung. Anhand dieser Tabelle könnt ihr erkennen, was eine Verbesserung und was eine gleiche Note bedeutet. Ihr seht also, der grüne Bereich sind die verbesserten Noten für die jeweiligen Punkten und bei den gelben Kästen erkennt ihr, dass die Note gleich geblieben ist. Anhand dieser Tabelle könnt ihr nun die Jura-Punkte umrechnen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.